Ihr wisst mal, was wir mit der Natur hier drin haben, ne? Okay, immer losfahren, ne? Fahr los! Es ist immer wichtig, fliegen zu starten, weil sofort kann sich eine hohe Temperatur unter dem Rollen die Luft abhilfen. Jetzt ganz schnell in Richtung 400-500 Grad. Man hat die Liegeplatte drunter die Luft. Wer jetzt schützt? Ja. Aber wenn ich jetzt stehe, natürlich habe ich auch noch ein Brennfleck an der Stelle. Das will ich ja unbedingt vermeiden. Ich wollte es dir machen. Ich stehe natürlich nicht. Ja, es kommt zu.